Was hast du mit dem Flughafen angefangen? Erstmal war ich sehr, sehr misstrauisch. Das ist meine Art immer erst mal zu sagen, ach, das ist sowieso nicht so gut und so. Aber es hat schon am Flughafen gut angefangen. Super Empfang von dem Fahrer, der mich abgeholt hat und mich zum Hotel gebracht hat. Das hatte schon alles einen guten Eindruck gemacht. Rezeptionsmäßig und alle Räume hell und klinisch halt sauber. Und ich weiß gar nicht, keiner, der nicht hier irgendwie mal nicht freundlich zu mir gewesen ist. Ich komme an, das wird alles fertig gemacht und dann bin ich fertig mit den Tafrei.